Guten Morgen! Ostern steht vor der Tür. Einige haben heute noch ein Turnier. Für die erstmal viel Spaß und Erfolg heute. Für die anderen habe ich wieder ein kleines Suchspiel vorbereitet. Und zwar habe ich wieder 30 Eier versteckt. Hier im Stadion. Probiert hier vielleicht an den Bänken zu suchen. Hier an den Bänken zu suchen. Vielleicht auch an den Zäulen. Mal gucken. Und wenn ihr die gefunden habt, dann geben die ein Lösungswort. Indem ihr einfach die Buchstaben und die Zahlen in die richtige Reihe bringt. Ich würde mich wieder freuen, wenn ihr uns wieder ganz viele Fotos und Videos von eurer Suche schickt. Und was bleibt mir jetzt noch zu wünschen? Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und ein schönes Osterfest. Genießt die Zeit mit euren Eltern. Und ach, die Eltern. Wenn die großen Kinder auch Lust haben zu suchen, können sie auch suchen. Ganz wichtig die Regel. Jeder darf so viele Eier suchen, wie er möchte. Aber bitte jeder nur eins mitnehmen. Und das Erste, das verrate ich euch schon mal. Hier bei eurer Treppe. Das werde ich hier bei der Treppe verstecken. Ganz offensichtlich. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Frohe Ostern. Bleibt gesund und mutter. Euer Tobi. Tschüss.